Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frey und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. So schön, dass du wieder da bist, reinhörst, mitdenkst, mitmachst, dich inspirieren, motivieren lässt, mitkommentierst auf den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen und auch dazu möchte ich dich heute wieder ermutigen. Das ist das heutige Thema. Ich habe was Neues entdeckt, woran ich dich teilhaben lassen will und es werden drei zukünftige Folgen, also heute, die und die nächsten beiden Wochen unter diesem Thema stehen und zwar gibt es das SDG. Tja, jetzt fragst du dich, was das ist. Das sind Ziele für nachhaltige Entwicklung. Wir kommen gerade oder ich zumindest vom Schul-Hackathon, wo wir ganz konkret darüber nachgedacht haben, wie sieht unsere Schule von morgen aus. Die Projekte sind eingereicht und ich hoffe, dass viele davon umgesetzt werden, dass sich noch Investoren finden, die in die Schule der Zukunft investieren, dass auch unsere politischen Damen da oben und Herren gute Entscheidungen treffen, um finanzielle Mittel bereitzustellen. Aber das ist ja nur ein Teil von dem, was getan werden muss. Es ist so viel mehr zu tun und ich bin auf das SDG gestoßen. Das ist englisch, also die Abkürzung ist eigentlich für Sustainable Development Goals. Also mit anderen Worten Ziele für nachhaltige Entwicklung. Und diese sind politische Ziele, die eigentlich von den Vereinten Nationen festgelegt werden. Und vorher gab es die MDGs. Das Besondere war, dass die nur für die Entwicklungsländer galten. Und nun gibt es die SDGs und die gelten für alle Staaten. Ziele für nachhaltige Entwicklung. Und da gibt es 17 unterschiedliche Ziele. Und wer hätte das gedacht, auch da gibt es das Ziel, Bildung für alle. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich das so als wichtig ansehe, dass wir über den Tellerrand hinausschauen und nicht nur bei uns bleiben, aber auch nicht nur bei den anderen hängen. Also wir haben gerade so ein Phänomen. Jetzt ist es Black Lives Matter. Ich will da gar nicht groß drauf eingehen, dass darüber geguckt wird, weil ein schwarzer Mensch gestorben ist. Aber die vielen schwarzen Kinder, die verhungern, da wird nicht so groß nachgekräft. Und für mich gilt es, die Balance zu halten zwischen dem, was in unserem eigenen Land ist und was wir hier vor Ort verändern können und das, was in unserer Welt passiert und wo wir auch unterstützen können. Und deswegen finde ich die Initiative gut, dass es jetzt nicht nur für Entwicklungsländer geht, sondern auch für alle Länder. Und in der Tat ist die Frage natürlich, ja, wer kümmert sich denn jetzt um die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung? Und mit ein bisschen Recherche habe ich das Sächsische Staatsministerium für Kultus gefunden, die sich nach und nach diesen Zielen tatsächlich widmen und Projekte, Schulungen, Workshops dafür bereitstellen und zu sagen, ja, uns ist es wichtig. Wir wollen genau diese Ziele auch erreichen und uns diese Frage stellen, wie können wir das machen, was ich wiederum sehr großartig finde. Ich habe mich mal da durch die Seite gestöbert und fand das schon sehr schön, dass Sie mit Friedrich Schiller als Sinfluenza den Schiller ausgesucht haben, der der Kampagne ein Gesicht gibt, Bildung für alle, der hat ja unter anderem folgendes Zitat von sich gelassen, das schwere Herz wird durch Worte nicht leicht, doch können Worte uns zu Taten führen. Und so hoffe ich, dass auch diese Podcast-Folge wieder eine Anregung ist, diese Worte zu Taten werden zu lassen, weil Bildung für alle kann kann nur funktionieren, wenn wir alle mitmachen, mitdenken, mitverändern, wie wir das zum Beispiel im Schulheilfond getan haben, aber es geht weit darüber hinaus. Bildung für alle, ja, wir denken dann, wenn es ein Ziel der NATO ist, an die vielen Kinder, denen überhaupt gar kein Bildungszugang gewährt wird in Dritte-Welt-Ländern, aber auch da möchte ich wieder den Spagat hinkriegen und sagen, was ist denn bei uns? Wo gibt es denn bei uns, ja, Bildungsschwachstellen? Ich glaube, durch Corona-Zeiten wird es noch mehr aufgedeckt als vorher, dass Bildung eben nicht für alle so zugänglich ist, wie wir denken. Also klar, ich als Kinder- und Jugendliche Psychotherapeutin darf bis 21 behandeln und habe dementsprechend auch Jugendliche, die völlig aus dem System fallen. Das heißt, wer bei uns in Deutschland nicht sich systemkonform verhält, bekommt auch keinen Bildungszugang mehr. An der Stelle gibt es eine, ja, Pflichtverwahrung, hätte ich beinahe gesagt, weil wir ja Schulpflicht haben. Aber mit Bildung hat das nichts zu tun und vielleicht müssten wir an der Stelle uns auch mal, ja, darüber unterhalten, was verstehen wir überhaupt als Bildung. Wenn wir an die Dritte-Welt-Länder denken, sagen wir, ja, die müssen alle zur Schule gehen, die müssen lesen und rechnen können. Weil das sind die Grundfertigkeiten und Schreiben, die man braucht, um im Leben klarzukommen. Ja, stimmt. Aber Bildung ist für mich weitaus mehr. Bildung bedeutet ja auch Bildung einer Meinung. Bildung von Kompetenzen, von Fähigkeiten, von Fertigkeiten, von Stärken. Bilden hat was Künstlerisches, auf jeden Fall für mich. Und also da rein zu investieren, und ich wusste gar nicht, dass es sozusagen ein Ziel der NATO gibt, das sagt, bis 2030 soll das erfüllt sein. Das finde ich schon sehr crazy und es lohnt sich mal, über den Tellerrand zu gucken. Und Bildung macht so viel mehr. Es gilt auch um Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und da würde Bildung Kompetenzen vermitteln zur Erreichung von verschiedenen Zielen, unter anderem auch diese 17 Ziele, die sich unbedingt lohnt, einmal anzuschauen. Und beim Sächsischen Staatsministerium ist es so hübsch geschrieben, wo lernen wir mit Dichtern und Denkern die Welt zu verändern. Ja, ich glaube, das braucht es. Es braucht Dichter und Denker, die bereit sind, die Welt zu verändern. Und du bist solch ein Dichter und ein Denker. Weil du hörst diesen Podcast und du lässt dich inspirieren und motivieren, kreativ zu denken, bei dir selber anzufangen und dennoch über den Tellerrand zu schauen. Ich glaube, das ist genau das und der Spagat, den wir vollbringen dürfen, können und müssen, um für eine bessere Welt unserer Kinder und unserer Gesellschaft zu sorgen. Denn nur wer komplexe Zusammenhänge versteht, kann sich der Tragweite seiner Entscheidungen und Handlungen für kommende Generationen und Menschen auf anderen Erdteilen bewusst werden. Ich weiß, dass das manchmal auch Angst macht, diesen Spagat hinzubekommen. Aber wir dürfen nicht tatenlos zusehen, bei den großen Herausforderungen und dem Problem unserer Zeit uns verkriechen. Und ich glaube, es ist eine Zeit, dass jeder im Kleinen versucht, die Welt ein bisschen besser zu machen. So, was heißt das jetzt? Bildung für alle. Runtergebrochen. Also natürlich kannst du auf dieser Seite gucken. Ich verlinke die dir hier. Da gibt es Angebote, was ich großartig finde, dass sich ein Ministerium diesen Zielen so explizit widmet. Ich habe das in den anderen Bundesländern jetzt bis jetzt noch nicht so gefunden. Natürlich können wir uns jetzt engagieren und können sagen, ja, wir spenden für die Schule in Äthiopien. Können wir machen. Ist mit Sicherheit eine gute Tat. Wir können aber auch Bildung bei uns vor Ort unterstützen, fördern. Wie geht das? Indem wir den Blick schärfen für die Benachteiligen, indem wir den Blick schärfen für die sogenannten Systemspringer, die eigentlich die wahren Überlebenskünstler sind. Indem wir den Blick schärfen für die Bedürfnisse unserer Kinder an unseren Schulen, aber auch schon in unseren Kindergärten. Bildung für alle beinhaltet auch für mich, einen Blick hinzuwerfen zu unseren Flüchtlingskindern, die Mühe haben, Deutsch zu lernen. Und auch da wieder hinzugucken und genau zu sein, auch da geht Bindung vor Bildung. Ich habe hier einige Flüchtlingskinder bei mir in der Therapie gehabt und es war immer das gleiche Drama, dass so vieles nicht möglich war, weil sie alleine rübergekommen sind und auch hier alleine waren und weil sie auf der Suche waren nach Beziehung, wenig Space frei ist für Bildung. Und wir dann so schnell mit unseren Vorurteilen dabei sind und sagen, ja, jetzt sind sie schon hier und dann sind sie noch niemals in der Lage, ordentlich unsere Sprache zu lernen. Dann hätten sie doch besser direkt da drüben bleiben können. All das hat nichts damit zu tun, wenn man so darüber denkt, zu verstehen, worum es geht. Und für mich bleibt es, Bindung geht vor Bildung. Und wenn wir sagen, Bildung für alle ist das große Ziel, dann dürfen wir unser ganzes System überprüfen und in Frage stellen und sagen, wo geschieht denn Beziehungsaufbau? Wo wird Lehrern, Erziehern, Sozialpädagogen das vielleicht schon in ihrer Ausbildung vermittelt, dass Beziehungsaufbau so wichtig ist, damit Bildung überhaupt passieren kann. Wo sind die bildenden Künste? Dieses sächsische Staatsministerium hat es so wunderbar gemacht, dass sie Schiller als Gesicht gerade Bildung für alle gegeben haben, weil das kommt ja sowas von zu kurz. Der Spaß an Dichtung, an Kunst, an Lyrik, an, ja, auch das ist Bildung. Ich weiß nicht, wie viele von euch den Kindern wie lange Bücher vorgelesen haben. Ich habe es am Anfang gemacht und es hat schnell, ja, es ist eingeschlafen. Jungs, die meine, die wollten auch nicht so richtig und ich habe es nicht gefördert. Und manchmal ärgere ich mich darüber, dass ich das nicht getan habe. Dass auch unser eigenes Kulturgut von den Brüdern Grimms Märchen, die natürlich alle etwas brutal sind, aber auch andere Dinge, die wir nicht weiter fördern und nicht weiter, ja, etablieren innerhalb unserer Gesellschaft. Wo ist das Herz genau dafür, für Kunst, Lyrik, Dichtung, Singen, Tanzen? Auch das findet in unseren Schulen viel zu wenig statt und das ist auch eine Form von Bildung, die uns meiner Meinung nach wesentlich gesellschaftsfähiger macht. Wie viele Zitate kennst du zum Beispiel von Schiller? Ich habe noch ein schönes rausgesucht. Das Wort ist frei, die Tat ist stumm, gehorsam blind. Und wenn der Aufruf zur Bildung für alle ist, dass wir nicht mehr im Blinden gehorsam sind, sondern uns aufmachen und selber aktiv werden. Bildung zu integrieren in unser Familiensystem als allererstes. Auch darüber wieder zu philosophieren und zu sprechen. Ich weiß, ich werde mir das für die nächsten Runden mit meinen Jungs vornehmen, auch das wieder zu etablieren. Mein Kurzer ist ein schöner Geist und der hat einen Sinn für sowas. Ich weiß, ich habe als Kind Weihnachten Gedichte auswendig gelernt und vorgetragen. Auch das ist eine Form von Bildung. Und wenn wir das dann in die Tat umsetzen, dann können wir jeder Einzelne dazu beitragen, dass auch UN-Ziele erreicht werden. Und das finde ich besonders spannend, weil in vielen Texten, Posts, Gesprächen, die ich so mitbekomme, dann ist immer so, was soll ich kleine Mickey Maus denn tun? Ja, wenn die Politiker das anders entscheiden würden, wenn die Lehrer dessen das anders machen würden, wenn, 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 ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Wäre mein Vater Millionär, hätte meine Mutter dazu gesagt. Ich glaube fest, dass Veränderung nur entstehen kann, wenn wir alle anfangen, unseren kleinen Beitrag dazu zu leisten, zu investieren in Tat. Und ich verlinke mal hier die Seite vom Sächsischen Kultusministerium. Da gibt es Angebote. Wer jetzt so gar nicht weiß, was er machen soll, der kann da bestimmt mal stöbern. Ansonsten gibt es gerade so viele Sachen, wo man sich mit einbringen kann. Jetzt war der Schulhackathon. Als nächstes kommt auch was mit Digitalisierung für Schulen. Jede Schule hat einen Förderfeind. Auch da kann man sich einbringen und mal andere Impulse hineinbringen, außer wir fördern die Klassenfahrt und haben schicke T-Shirts. Es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten, seinen kleinen Beitrag zur Veränderung zu leisten. Und ich möchte dich dazu herausfordern, ermutigen und inspirieren, deinen Teil dazu beitragen. Weil wir, also du und ich, wir entscheiden, wie die Welt von morgen aussieht. Mit unseren Gedanken und unseren Taten. Und ob wir auch überhaupt gewillt sind, komplexere Zusammenhänge zu R und zu B greifen. Und für mich immer ganz wichtig, dann nicht ins Meckern zu kommen, weil wir das begreifen und sagen, boah, was ist da alles los, sondern hinzugehen und in Liebe die eigene Veränderung mit hineinzubringen. Und in der Liebe ist auch keine Angst und keine Wut und kein Fingerzeigen, sondern sie sieht einmal die eigenen Möglichkeiten und Chancen und weiß, dass sich alles irgendwie zusammenfügt. Wie, was nehme ich denn für ein Beispiel? Na, wie alle Wassertropfen sich zusammentun zu einem großen Meer, den Ozean oder vielleicht nur meine heißgeliebte Nordsee. Meine Nordsee besteht aus ganz vielen Wassertropfen und alle zusammen macht die Bewegung von Ebbe und Flut und eine unendliche Weite. Du und ich, wir sind die Wassertropfen, die die Macht haben, etwas in Bewegung zu setzen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du unter dem Instagram-Prost vielleicht schreibst, was du denkst, was die kleinen Schritte für jeden persönlich sein können, was du vielleicht sagst, okay, und das will ich tun. Oder zu sagen, ja, wir dichten und denken. Ich weiß, wir zu Hause haben öfter so Phasen, wo wir jetzt nicht Schiller, Goethe und so weiter zitieren, aber wo wir selber dichten. Es muss sich dann immer alles reimen. Das sind immer die lustigsten Gespräche beim Abendessen. Also, in diesem Sinne freue ich mich, von dir zu hören, was du darüber denkst und auch vielleicht, ob du wusstest, dass es da diese, ja, SDGs gibt, die von der NATO ausgerufen wurden, welche du vielleicht kennst. Wie gesagt, ich habe mir jetzt mal drei rausgesucht. Das erste war Bildung für alle und da sind noch andere spannende. Und das nächste Mal und übernächste Mal werde ich dir die anderen Dinge, die ich jetzt besonders spannend fand, etwas näher bringen. Okay, dann freue ich mich. Bis zum nächsten Mal.